Hallo Leute, heute lesen ich auch mal ein paar Kommentare vor, die ihr mir geschrieben habt. Viel Spaß, viel Spaß. Die erste Frage ist von Gamalwan, Niklas Krohe Harris. Schreib mal hier alle deine Namen auf einfach so, d. Also Leute, wenn ihr es nicht wisst, Niklas Krohe hat 34 Spitznamen, gg, gg. Die nächste Frage ist von Lili22. Hast du irgendwelche Konsolen, worauf du aufnehmen kannst, z. bei PS4 oder andere? Ja, ich habe eine PS4 und da könnte ich auch mal aufnehmen, wenn ihr dazu Bock habt, zu Bock habt. Die nächste Frage ist von, Sterwe Peters, bald hab ich nen neuen PC, ich werde dich recken, wirklich? Dann komm auf Komma 1 VS1, hahaha, hahaha. Die nächste Frage ist von, Akamt, was ist dein Ziel auf YouTube? Also dieses Jahr möchte ich noch gerne die 100 Abos erreichen, das wäre wirklich spitze, glich spitze. Die nächste Frage ist von Liliis Gaming Welt, wie lange willst du noch YouTube machen? Also ich habe vor, so lange YouTube wie möglich zu machen, glich zu machen. Die nächste Frage ist von Letroi, die bin zwar erst seit heute auf deinen Kanal gestoßen, aber musst echt sagen, dass du einen guten Content bringst. Sehe du hast viel Potenzial, darum unterstütze ich dich auch mit einem Licker und diesem netten Kommentar. Ich will dir nur sagen, bleib am Ball und gib niemals auf, aus dir wird mal was Großes. Ich werde dich meinen Freunden weiterempfehlen, damit sie sehen, dass du dich bemühst und Spaß am Aufnehmen hast, vielleicht lassen sie auch ein Abo da. Würde mich freuen, wenn du bei mir vorbeischaust. Lili Troy, vielen Dank für diesen Kommentar 3, und H3. So, meine lieben netten Freunde, das war's dann mit diesem gleich Frage und Antwort Video. Wenn es euch gefällt, ich so etwas öfter machen das, dann lasst gerne eine Lick, da würde mich sehr unterstützen. BB Leute, BB Leute. BB Leute, BB Leute. BB Leute, BB Leute. BB Leute.